Dieses Konzert, auch Teil eines neuen Projekts, ist eines Förderprojekts von der Baden-Württemberg-Stiftung. Ein dreijähriges Projekt, nennt sich Raus aus dem Hinterhof. Nämlich die OM kommt raus aus dem Hinterhof und geht in die Stadt, in die Christuskirche und kooperiert mit anderen Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel Enjoy Jazz. Und Fatih saß in der Jury und hat, glaube ich, seinen Teil dazu beigetragen, dass wir dieses Projekt jetzt haben. Hannes, vielen Dank und herzlich willkommen von Seiten Enjoy Jazz bei Enjoy Jazz 2021. Da befinden Sie sich nämlich am 16. Tag unserer 23. Ausgabe unseres schönen kleinen Festivals. Und tatsächlich ist es so, dass die Orientalische Musikakademie heute zum zweiten Mal Gast in der Christuskirche ist. Denn die Orientalische Musikakademie hat mal gemeinsam mit Anu Abrahams Projekt, The Astounding Eyes of Rita, hier das Festival abgeschlossen, vor ein paar Jahren. Der Mann, der in der Mitte von uns beiden steht, ist der Ideengeber und Vater der Orientalischen Musikakademie. Und ich kenne tatsächlich weltweit, und ich sage das auch oft bei internationalen Konferenzen, weltweit kein zweites Projekt in dieser Art und Weise, was Mehmet hier initiiert hat und über die Jahre fortgeführt hat und in Sphären getragen hat, die wirklich unglaublich sind. Das können Sie mir glauben, finden Sie nirgendwo auf der Welt. Und noch ein zweites Mal. Und deshalb finde ich es ganz großartig, immer wieder, dass ich mit Mehmet zusammenarbeiten kann und verneige mich mit großem Respekt vor dir und deiner Arbeit. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich will eigentlich nicht viel reden, lieber will ich spielen und singen. Aber mit dem Inhalt, ihr werdet gleich sehen, dass es ein Farbpol ist vom Klang. Wir haben auch Tänze. Es werden die arabische Musik hier vertreten, türkische Musik, indische Musik mit Tanz und am Schluss dann mit dem Sufi, Spritware Musik. So, ich hoffe, dass es euch dann Spaß macht. Es ist besser, das zu vernehmen, zu genießen, wie jetzt dann das Wort zu hören. So würde ich auch gerne meine Freunde dann einladen. Dann bis gleich. Schönen Abend. Vielen Dank. Schönen Abend. 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 Gmesiden Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Aber wie ein Seid und der Stadt der Lande ist, dass wir uns nicht mehr tun haben, dass wir uns nicht mehr tun haben. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich das, was ich war, das, was ich war. Möster, Möster, Möster Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020